Ein japanisches Restaurant verkauft Gästen in der Hamburger Innenstadt Sushi mit norwegischem Lachs. Der deutsche Autobauer Volkswagen baut neue Elektroautofabriken in China und die Oma kultiviert verschiedenste Gemüsesorten in ihrem eigenen Garten. Um die Wirtschaftskraft eines Landes zu messen, gibt es verschiedene Kenngrößen, wobei die wichtigste das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, ist. Doch was ist das BIP überhaupt? Wie groß ist das deutsche BIP? Und welche der genannten Tätigkeiten würde im BIP erfasst werden? Darum geht's in diesem Video. Viel Spaß! Deutschland war mit einem Bruttoinlandsprodukt von ca. 3,8 Bionen US-Dollar im Jahr 2020 die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Deutlich hinter den USA, China und Japan, aber vor Großbritannien und Indien. Diese vom Statistischen Bundesamt vierteljährlich ermittelte Zahl gibt den Marktwert aller für den Endverbrauch bestimmten Waren und Dienstleistungen an, die im Inland innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts hergestellt werden. Damit ihr diese Definition nicht stupide auswendig lernen müsst, sondern versteht, blicken wir einmal auf die vier wichtigsten Begriffe dieser Erklärung. Zunächst drückt das BIP den Marktwert aus. Dies ist der aktuelle Wert, der einem Gut von den Marktteilnehmern zugemessen wird. Damit wir verschiedene Güter wie Fahrräder, Äpfel und ein Konzertticket miteinander verrechnen können, geben wir den Gütern einen Preis. So haben also zehn Fahrräder mit einem Preis von je 500 Euro einen Marktwert von 5000 Euro. Diesen Marktwert können wir dann aufsummieren mit 10 Kilogramm Äpfeln zu einem Preis von 2 Euro je Kilo und einem Konzertticket mit einem Preis von 50 Euro. Verschiedene Güter lassen sich also durch den Marktwert problemlos im BIP zusammenfassen. Schauen wir auf das zweite wichtige Element unserer Definition, wird unsere simple Berechnung etwas eingeschränkt. Die entsprechenden Güter müssen nämlich für den Endverbrauch bestimmt sein. Kaufen wir also im Supermarkt ein Kilo Äpfel und verspeisen die Äpfel als Konsument, so sind die Äpfel ein Endprodukt und zählen ins BIP. Kauft allerdings eine Bäckerei die Äpfel und backt daraus Kuchen, dann zählt der Kauf der Äpfel als Zwischenprodukt, nicht ins BIP, sondern erst der Verkauf der Kuchenstücke, da erst diese Endprodukte sind. Die Unterscheidung in Zwischen- und Endprodukte ist wichtig, um Doppelzählung zu vermeiden. So ist in unserem Beispiel der Preis der Äpfel bereits im verkauften Apfelkuchen enthalten und darf daher nicht nochmal zum BIP dazugerechnet werden. Wir halten also fest, der Marktwert von Rohstoffen wie Stahl, Erzen und Getreide fließt nicht in das BIP ein, berücksichtigt wird nur der Marktwert von Endprodukten wie Autos, Spielzeuge oder der Friseurbesuch. Nachdem wir das geklärt haben, schauen wir, wie sich das BIP vom lange Zeit in Deutschland gängigen Bruttosozialprodukt unterscheidet, welches mittlerweile Bruttonationaleinkommen heißt. Das BIP beinhaltet nur im Inland produzierte Waren und Dienstleistung, beruht also auf dem Inlandskonzept. Es wird also die Gesamtproduktion gemessen, die innerhalb Grenzen einer Volkswirtschaft entsteht, unabhängig davon, ob Inländer oder Ausländer diese erwirtschaftet haben. Ein japanisches Restaurant, welches in Hamburg Sushi verkauft, trägt also genauso zum deutschen BIP bei, wie die Kohlearbeiter in der Lausitz, die Makler auf Sylt und die Leistung osteuropäischer Putzfrauen in deutschen Altersheim. Hingegen nicht zum deutschen BIP zählt die Produktion deutscher Staatsbürger im Ausland. Arbeitet ein Deutscher als Manager in der Schweiz, trägt er zum Schweizer BIP bei und ist er DJ auf Ibiza, dann konsequenterweise zum spanischen BIP. Wichtig bei der Erfassung ins BIP ist jedoch immer, dass die Güter legal auf den Märkten gehandelt werden. Daher zählen alle illegal hergestellten Produkte wie Drogen oder ins Land geschmuggelte Zigaretten nicht zum BIP. Zu dieser Schattenwirtschaft gehört zudem die Schwarzarbeit, also illegale Arbeit, beispielsweise im Bau- oder im Reinigungsbereich, bei der keine Steuer- und Sozialabgaben gezahlt werden. Wichtig zu berücksichtigen ist allerdings, dass auch in Heimproduktion hergestellte Güter und Dienstleistungen nicht ins BIP zählen. Das von der Oma angebaute Gemüse für den Eigenbedarf wird also ebenso nicht erfasst, wie wenn Opa seinen eigenen Mercedes repariert. Auch alle Dienstleistungen im Haushalt wie Kochen, Putzen, Wäsche waschen zählen nicht ins BIP, solange keine bezahlte Haushaltshilfe angestellt ist. Daher ist es sehr schwierig, das BIP von weit und wenig entwickelten Staaten zu vergleichen, da in Deutschland die Heimproduktion verhältnismäßig klein ist, während sie in vielen afrikanischen Ländern einen großen Teil der Produktion ausmacht, die allerdings nicht im BIP erfasst wird. Wir können also zusammenfassen, das BIP gibt den Marktwert aller für den Endverbrauch bestimmten Waren und Dienstleistungen an, die im Inland innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts hergestellt werden. Es berechnet also den aktuellen Wert von Gütern, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums von In- und Ausländern eines Wirtschaftsgebiets für den Endkonsumenten hergestellt wurden. Als Zeitperiode wird dabei meist ein Jahr verwendet, gemessen wird das BIP allerdings vierteljährig. Obwohl sich das BIP als Messwert für Wirtschaftswachstum international durchgesetzt hat und als Referenzwert für weitere Faktoren, wie beispielsweise die Neuverschuldung gilt, gibt es auch Kritik. So sagt die Höhe des BIPs nichts über die Verteilung der Wirtschaftskraft, also die Differenz zwischen Arm und Reich aus. Zudem werden soziale und ökologische Folgen wie die Endlichkeit von Rohstoffen und Schäden an Natur und Gesellschaft nicht mit einbezogen. Aber was sagt ihr zum BIP? Eine aussagekräftige, wenn auch nicht perfekte Kennziffer oder ein viel zu überschätzter Wert? Lasst uns gerne einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.